Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Russische Behörden fordern Evakuierung wegen Hochwassergefahr. Hochwasseralarm in Russland, Behörden fordern Bevölkerung zur Evakuierung auf. Im Angesicht aktueller klimatischer Veränderungen und Katastrophen ist Russland nun ebenfalls betroffen und muss mit Hochwasser umgehen. Die öffentlichen Behörden haben die Bevölkerung zur Evakuierung aufgefordert, um der drohenden Gefahr durch die Überschwemmungen zu entgehen. An mehreren Orten im Land mussten die Bewohner technische Probleme und Barrieren überwinden, um die Flutgebiete rechtzeitig verlassen zu können. Trotz dieser Herausforderungen bleiben die russischen Behörden standhaft in ihren Bemühungen, so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen. Ihre Strategien reichen von öffentlichen Durchsagen und Warnungen bis hin zu eng koordinierten Evakuierungstätigkeiten. Die Behörden wiesen auf die Notwendigkeit einer geregelten Evakuierung hin, um chaotische Zustände zu vermeiden. Wir rufen dringend dazu auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität, erklärten sie in einer öffentlichen Mitteilung. Das Hochwasser hat weitreichende Auswirkungen auf die Infrastruktur des Landes und führt zu erheblichen Schäden und Betriebsunterbrechungen. Es erfordert umfangreiche Anstrengungen von Behörden und privaten Organisationen, um die Situation zu bewältigen und die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten in Sicherheit zu bringen. Angesichts solcher Herausforderungen wird in Russland die dringende Notwendigkeit erkannt, adäquate Mittel für Katastrophenmanagement und Gefahrenabwehr bereitzustellen. Die aktuellen Ereignisse unterstreichen erneut die Wichtigkeit von Vorsorge- und Notfallplänen. Die russischen Behörden rufen die Bevölkerung dazu auf, ihre Evakuierungsanweisungen ernst zu nehmen und den gefährdeten Gebieten so schnell wie möglich zu entkommen. Während das Hochwasser die russische Bevölkerung auf eine harte Probe stellt, wird es weiterhin wichtig sein, die laufenden Entwicklungen genau zu beobachten und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um Leben und Eigentum zu schützen. Quellen, Eigenberichterstattung basierend auf Informationen der russischen Behörden. Anita Farke, Samstag, 24. April Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.